Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier heute mit einem neuen Video. Wir checken den Gegenstand-Shop aus vom 21.06.2020. Ich bin auch wirklich gespannt, was da reinkommt. Gerne den Support-Creator-Code von mir eintragen. Instagram abchecken, Fraps-YT oder Link unten in der Videobeschreibung. Außerdem günstige Game-Keys, Exklusiv-Skins für Fortnite. Abchecken, Link unten in der Videobeschreibung bei meinem Partner Instant Gaming. Nun gut, gehen wir jetzt hier in den Shop und checken mal ab, was da draußen in der Wildnis denn jetzt so reinkommt. Und go, hallo, Shop, willst du dich aktualisieren? Ah ja, okay, wow, okay. Oh, oh, ey, oh, okay. Freunde, ihr müsst wissen, ich habe mich noch nicht spoilern lassen bezüglich Skin-Leaks, bla bla bla. Das heißt, ich habe mir keine Skin-Leaks angeschaut, nur damit ihr wisst. Ich würde aber sagen, interessant, neue Sachen sind am Start. Wir fangen auf der rechten Seite an und arbeiten uns dann weiter. Auf der rechten Seite, so wie es aussieht, leider keine neue Sache. Aber eventuell verbirgt sich dort ein kleiner Schatz. Dann gehen wir hier zu Mathe-Tanz. 500 V-Bucks. War zuletzt vor 26 Tagen drin gewesen. 4 Mal insgesamt im Shop. Ich finde das nicht so nice. Keine Ahnung, feiere ich. Dann haben wir kleine Schritte für 500 V-Bucks. War zuletzt vor 20 Tagen drin gewesen. 7 Mal insgesamt im Shop. Kann man auf jeden Fall machen. Dann gehen wir weiter. Und zwar die Überlebenskünstlerin. War zuletzt vor 27 Tagen drin gewesen. 35 Mal insgesamt im Shop. Wurde damals in der Season 1 hinzugefügt. Heute überraschenderweise ist der Sichelschläger am Start. Der war insgesamt über 39 Mal im Shop. Aber zuletzt vor 226 Tagen. Also, wer sich das Ganze noch nicht gegönnt hat und Bock drauf hat, schlag nur zu. Dann haben wir hier unten Schattentraining für 200 V-Bucks. War zuletzt vor 26 Tagen drin gewesen. 5 Mal insgesamt am Start. Als letztes haben wir dann nochmal Weiss. Ist ein richtig nicer Charakter. Mir persönlich gefällt der. Coole Farbkombi. Cooles Aussehen. War zuletzt vor 43 Tagen drin gewesen. 3 Mal insgesamt im Shop. Soviel auf jeden Fall zu der rechten Seite. Wir kommen jetzt auf die linke Seite. Schauen uns jetzt hier mal kurz um. Wir haben hier Lace und Paradox am Start. Wenn ihr euch jetzt zwischen den beiden entscheiden müsstet, dann lieber Lace. Der hat eine neue Version, wie ihr sehen könnt. Die ist eigentlich ganz akzeptabel. Allsicht Spitzsacke muss nicht sein. Equibliurium. Ist auf jeden Fall ganz nice. Ansonsten würde ich sagen, dass wir jetzt die linke Seite auschecken. Hier haben wir zwei neue Skins am Start. Beziehungsweise zwei Pakete. Scharlach Natter. Also irgendwas so mäßig wie eine Schlange. Schaut interessant aus, ehrlich gesagt. Aber catcht mich grad irgendwie nicht. Dann haben wir furchtlose Fangzähne. Die sehen gar nicht so schlecht aus. Und Himmels Natter. 800 V-Bucks. Dieser Gleiter schaut echt cool aus. Real Talk, Freunde. Feier ich. Dann gehen wir rüber zu dem Kollegen hier. Und zwar die männliche Version. Sumpf. Äh. Stapfer. Ja. So sollte heißen. Die schwarze Version ist auf jeden Fall unnormal Drip. Also Real Talk. Die schwarze Version sieht echt cool aus. Brücken Accessoire. Naja. Muss nicht sein. Ansonsten haben wir hier eine Spitzhacke. Die Spitzhacke sieht echt cool aus. Die weiße Version gefällt mir hier aber besser. Dann haben wir nochmal Sumpfschuppen als Lackierung. Naja. Muss jetzt nicht so sein. Ja. Ja. Geht. Also es ist ein Geht-Paket. Ich hab so eine leichte Phobie vor Schlangen. Deswegen lasse ich das erstmal außen vor. Und gönn mir das Ganze nicht. Ich weiß nicht, Freunde. Das ist ein bisschen. Ja. Kritisch. So, was haben wir im Lama-Shop? Heute im Lama-Shop haben wir das Superhelden-Lama am Start für 1000 V-Bucks. Würde es sich jetzt in dem Fall nicht lohnen. Superhelden lohnen sich nie. Lass dir lieber die Finger davon. Hier ist weiterhin alles gleich geblieben. Das war das Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann hat es mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren den Glock. Zeig dir nicht. Ich wäre dann mal raus. Vornehmung in dem nächsten Video. Auch rein. Gönn mir wieder. Für euer Fraps und ciao.